Musik Mein Name ist Christoph von Fiebern, ich bin Professor an der Hochschule Anhofer. Herzlichen Dank und vollwertigen Glückwunsch und wirklich danke, dass wir uns helfen, das Leben für Menschen Niedersachsen ganz konkret besser zu machen. Ich bin unglaublich stolz, dass Christoph von Fiebern mit seinem Team diese Auszeichnung bekommen hat. Soviel ich weiß, ist das das erste Mal, dass da überhaupt ein Wirtschaftswissenschaftspreis für Logistik vergeben wurde. Es ist eine der höchsten Auszeichnungen im Land Niedersachsen. Es war hoch emotional, es war zutiefst beeindruckend. Begeisternd, es war wirklich emotional. Der Preis ist eine tolle Auszeichnung, die einfach zeigt, dass wir auf dem richtigen Kurs sind. Und der Preis zeigt, dass wir in der richtigen Richtung unterwegs sind. Ein Stück weit bin ich auch sehr stolz darauf, dass die Logistik diesen Preis dann mit erhält. Und das zeigt eben, welchen Stellenwert mittlerweile die Logistik, die Mobilität hier in Deutschland, aber auch weltweit hat. Und ich glaube, diese Wohlkraft ist ganz toll. Ich nehme den Preis erstmal mit an die Hochschule, mit zum Team. Die sind alle mit daran beteiligt und sollen auch alle mit gewährschätzt sein. Ich glaube, viele junge Leute werden diesen Weg einschlagen, sich breit aufzustellen, sich weiterzuentwickeln. Dann werden sie gemeinsam weiterhin Großes leisten. Das ist der Preis in die Logistik an die Hochschule Hannover. Herzlichen Dank dafür.